regional und weltpolitisch. Denn wenn man so weitermacht wie heute, dann geht das Vertrauen in die Politik verloren, weil man sieht an der Politik mehr Schaden als Nutzen. Und wenn man die Drogenpolitik den individuellen Freiheiten und nach den Menschenrechten von der Annahme eines mündigen, freien Menschen, dann ist nicht die Weltgesundheitsorganisation für Drogen zuständig, weil Drogen nehmen ist keine Krankheit, sondern Drogen nehmen ist eine Kultur. Es ist gut, wenn man etwas davon weiß, darum ist es auch Wissenschaft und es ist gut, vor allem, weil man die Kinder gut informiert und dann ist es die Bildung. Und dafür ist die UNESCO zuständig, die auch Weltkulturerbe bestimmt oder immaterielles Weltkulturerbe oder sich um die Bildung in verschiedenen Ländern kümmert und vergleicht und wie man das verbessern kann. Momentan wird so getan, als Drogen automatisch was mit Kriminalität und Krankheit zu tun hat. Aber das ist eine Fehlannahme. Die meisten Drogenkonsumenten, die ich kenne, sind ausgesprochen gesunde Menschen. Ich merke das in meinem Umfeld. Ich lebe in Berlin und wir sind oft in Clubs und machen Infostände oder auch im Chill-Bereich Musik und kosmisch gestimmte Musik. Und da fällt mir auf, es kommt eigentlich nie vor, dass jemand, der auf dem Programm steht, wegen Krankheit nicht da ist. Zudem allgemein, die DJs sind ausgesprochen ein gesunder Beruf. Die sind immer da, wenn die auf dem Flyer stehen. Freitag, Samstag, Sonntag, stundenlang. Kommt selten vor, dass jemand krank ist. Und da kenne ich viele, die konsumieren dies und jenes. In Deutschland ist das ja nicht verboten. Ist der Konsum erlaubt, darf man das auch frei erzählen, dass man das dort tut. Und deshalb, die Drogenpolitik gehört als immaterielles und materielles Kulturerbe geschützt. Die Psychonautik und es gehört die Bildung dazu, gefördert. Und ich denke, dann ist die Gefahr für die Menschen, die sie konsumieren, weitaus geringer als heute. Weil ich stelle fest, wenn ich in Berlin in einer Schule, drei Klassen, drei Schulstunden, meine erste Frage an die Schüler ist meistens, ob sie schon mal wegen dem Betäubungsmittelgesetz gelogen haben. In der Familie, den Onkel, die Tante, die Oma, die Eltern, die Geschwister, Freunde. Weil eben Drogen wie ein Tabu behandelt werden. Das heißt auch Kinder, die nie eine Droge genommen haben und das auch nicht beabsichtigen von ihrer Mentalität. Aber persönliche Beziehungen in der Familie werden vielleicht schon dadurch belastet, weil sie nicht frei erzählen können, was bestimmte Kinder in der Klasse tun, weil das ein Problem gibt. Das ist eine Zerstörung der sozialen Infrastruktur und der Vertrauensbasis in der Familie, im Quartier, in der Schule. Also der soziale Schaden, auch für Nicht-Konsumenten, ist durch ein Betäubungsmittelgesetz auf jeden Fall gegeben. Nicht die Drogen sind das Problem, sondern wirklich nur die Art, wie wir damit umgehen. Nicht das Auto ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir mit dem Auto fahren. Und wenn man natürlich geschwindigkeitssüchtig ist, dann ist man vielleicht zu schnell in der Kurve und landet in einem Baum. Wenn man Glück hat, funktioniert der Airbag. Sonst hat man Pech gehabt. Psychonautisch reisen muss gelernt sein. Drogen nehmen muss gelernt sein. Das ist eine Kultur. Wie Wein trinken. Ich erinnere mich, sieben Jahre war ich alt. Fette Vigneron in Veuve, das am Lempfersee. Da gibt es gute Weißweine, Saint-Saforin und Desalets und dann Richtung Wallis schon, Aigle-Muray. Und wir waren Kiddies mit den Eltern da. Und wir Kiddies haben dann immer nur so ein, anderthalb Finger hoch in diesen 1-Dezig-Gläsern bekommen. Und auch ein Stück Brot. Und die Wein, die Winzerinnen haben uns erklärt, den Unterschied von diesem und jenem Wein und über Rebsorten. Heute würden sich ja solche Winzerinnen strafbar machen. Da steht dann in dem Bild oder im Blick, das helvetische Pendant, Skandal, Winzerin verführt Kinder zum Saufen und Dußgeldbescheid. Das heißt, durch Überreglementierung, da wird im Grunde genommen eine normale Sozialisation gar nicht mehr ermöglicht. Nämlich selber abzuchecken von der Reife, vom Kind, wie alt ist es? Darf man? Kann man? Das ist so eine persönliche Angelegenheit. Da kann man nicht irgendwie sagen, ab 16, ab 18, ab 21. Aber durch solche gesetzlichen, wenn man also unter 16-Jährigen das nicht geben darf, dann weiß man, die machen das allein. Also machen sie es unkontrolliert, ohne den weißen Rat des Genießers. Weil Genusskultur, darauf kommt es an, wenn man es genießen kann, nach einem guten Essen ist man satt. Und nach einem guten Trip ist man befriedigt. Das ist wie nach einem guten Sex. Und wenn es halt nicht gut war, dann kriegt man Lust auf mehr. Das heißt, Genusskultur hilft auch zur Drogenmündigkeit. Und darum haben wir auch eine Homepage, die heißt Drogenkult.net, Drogengenusskultur oder Drogenkulturgenuss. Und wir haben so als zentrales philosophisches Thema Drogengenuss, Drogenkultur, Genusskultur, Kulturgenuss. So die ganzen Variationen aus dieser, so wie fast wie einem I-Ding-Zeichen, wie die Zeilen sich wandeln. Und diese Genusskultur, da haben wir dann so Fachinformationen und vor allem auch Informationen zum Mischkonsum. Weil es ist auch wieder so, Drogenberater geben sich modern und sagen, wir sind akzeptierend und reden noch relativ offen über eine Ecstasy. Aber wenn die Klientel zählt Ecstasy und dann noch ein bisschen Speed und danach GHB, dann sagen sie, nein, 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 aber Mischkonsum nicht. Und dabei betreibt jeder Mischkonsum. Muss auch nur so hier in Schwarzwald den Kaffee gehen am Sonntag. Die Damen, Schwarzwälder Torte mit Schokolade und Kirsch und Kirsch und Kaffee dazu und Zigarettchen. Das ist Drogenmischkonsum. Aber dann irgendwie Plakate, Drogenmischkonsum, das ist des Teufels. Weitere Infos zum Thema. Das erste habe ich schon genannt. Der Inhalt dieses Buches gibt es im Netz. Man kann auch genau gucken, wann ich welche Abschnitte geschrieben habe. Ich habe das im Wiki offen geschrieben. Dadurch konnten mir Leute während des Schreibens noch Anmerkungen schicken oder Erweiterungen oder Hinweise. Also öffentlich zu arbeiten, das ist ein gutes Feedback. Durchs Internet hat man neue Kommunikationsmöglichkeiten. Und es zeigt sich auch, wenn man mit Lizenzen freizügig umgeht, hat man weniger Probleme, wie wenn man ein Copyright reinsetzt. Das ist mit Copyleft. Kann man in Wikipedia angucken, was Copyleft heißt. Ein Copyleft-Zeichen ist. Und das ist, ja, so wie das Programm, das ich hier im Rechner brauche. Das ist ein Linux, ein Debian Linux. Das ist Gemeingut. Man kann eigentlich so in Alt-Ostdeutsch sagen, das ist volkseigene Programm. Ein voreigenes Betriebssystem. VEB Linux. VEB volkseigenes Betriebssystem. Man muss den Quellcode kennen. Und so ist es auch bei Substanzen. Wenn man weiß, wie sie wirkt, dann kann man besser interagieren. Während man von jemandem abhängig ist, wie bei einer Markensoftware. Und das ist ja, was viele Therapeuten wollen. Die leben ja davon. Das ist ja ein riesen Geschäftsbereich. Nicht vom Polizisten über den Staatsanwalt und den Richter und den Gutachter. Eventuell noch Gefängnisverwaltung. Das sind ja alles Jobs. Die verdienen dran. Und dann Zwangsmaßnahme, geh in eine Drogenberatung. Das heißt, der muss sich beraten lassen. Das ist also eine Klientel mehr. Das ist ein Punkt in der Statistik. Dafür kriegt man dann wieder Geld. Das ist ein wichtiges Business, auch hier. Und darum geht es. Das Hanfjournal hat auch einen Stand hier. 203. Da schreibe ich immer eine Kloster. So alle zwei Monate über die Drogenbeauftragte. Und sonst über Hanf. Und Francho von der Freien Arbeitsgemeinschaft für Medizin schreibt er auch immer. So über die neueste medizinische Forschung. Und dann die Hanfparade. Das ist eine politische Demonstration. Da habe ich einige Texte draufgesetzt über Recht und Ethik. Also so was ich angeschnitten habe mit Freiheitsrechte und individueller Freiheit. Selbstverständnis von Freiheit. Da habe ich allerlei geschrieben. Kann man da nachlesen. Und wenn jemand in Berlin ist, wir freuen uns über jeden, der mit uns demonstriert für die Legalisierung von Cannabis. Cannabis als Weltkultur ist das Thema. Und dann gibt es in Berlin auch das Hanfmuseum. Also wenn man mal in Berlin ist, das lohnt sich. Das ist ein Museum. Alles über die Hanfkultur, über die Jahrhunderte hinweg. Papierherstellung genau gezeigt. Die Maschinen. Manchmal wird gezeigt, wie man Hanföl macht mit alten Handpressen. Da gibt es auch Workshops und so. Also finde ich interessante Infos. Da treffen wir uns. Also Hanfparade. Wir treffen uns jeden Dienstagabend im Hanfmuseum. Öffentlich kann man uns besuchen, diskutieren. So wie ein Workshop. Und dann gibt es die Hanflantage. Das ist so ein Blog, wo sehr viel Drogennachrichten drauf sind aus aller Welt. Juristische Urteile, irgendwelche Vorkommnisse, neue Erkenntnisse über neue Substanzen oder was auch immer. Kann man abonnieren. Und das unterste PsiTV.tk. Das ist ein Kanal, da sind Vorträge auf, so wie hier, zum Beispiel auf der Kanna-Trade oder von Kongressen oder in Clubs. Wir machen auch oft so an besonderen Tagen Freitagabend ab 18 Uhr geöffnet. Und von 20 Uhr an sind Vorträge und Workshops. Danach gibt es dann für alle Essen und danach geht die Party los. Weil die Leute wollen Information. Das Bedürfnis ist da. Die Leute kommen. Und da sind halt viele solche Veranstaltungen dokumentiert oder auch Podiumsgespräche oder auch politische Diskussionen im Rathaus zu Berlin oder ähnliches. Und da kann man sich informieren, wenn man lieber im Sofa sitzt und am Bildschirm guckt, als irgendwie am Bildschirm liest oder in einem Buch liest. Ja und in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine nette Zeit hier auf der Kanna-Trade. Vielen Dank.